Um einen anständigen Kerl zu finden, der gut aussieht, der eine heilige Auge hat, der die Menschen begeistert und der sie versteht, also einen, der einfach cool ist und dem der Zölibat scheißegal ist, da hätten die wirklich nicht bis ans Ende der Welt gehen müssen. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.